Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es die Highlights der gestrigen Hype Night. Wenn euch solche Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich natürlich riesig übernahm befreuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute den FNCS Warm-Up Cup spielen. Ab nächster Woche wird es dann ja auch mit der richtigen FNCS losgehen. Dafür müssen wir noch Champion werden, das heißt, das werden wir natürlich heute auch noch versuchen. Ich glaube, es fehlen nur noch so ungefähr 250 Punkte. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne auf Twitch ein Follow da. Der FNCS Warm-Up Cup beginnt ab 13 Uhr, das heißt, ab da wird es richtig in der Action losgehen. Vorher werden wir uns ein bisschen einspielen und noch ein bisschen Arena spielen. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder und ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. No way, bitte gammelt hier noch irgendwo einen Spacken rum. Digga, der Typ stirbt. Boah, Alter. Tracking Aim. Du hast hier Double-Aded-Fines? Nö, immer noch nicht. Okay. Nein. Nein. Du bist ohne Älterung geliefert. Ja. Oh, was? Nein. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Das wäre mir auf jeden Fall neu, wenn wir eine neue Schule hatten. Wie jetzt auf den ganzen Tag Arena? Sehr gut dran. Digga, ich hatte mal, ich war auf diesem Form und hatte, also auf die... Digga, Mad Kids werden echt nicht gekauft. Naja. Wollen sich aufziehen und den Arsch mit abrischen. Nein, aber ich komme dann abgestoppt. Ja, auch so heute. Die mythische Star. War richtig gut gespielt. Wie bitte? Mythische Star oder mystische Star. Ich habe ihm drei Sechziger jetzt mit C4 gegeben. Das ist wie das Trommelgewehr. Trommelgewehr. Hä? 30 Schüsse mit... Ah, eher und totalen Schuss. Ich mache... Sechze sind gesandt. Ich bin schon Top-90. Ich brauche, ich habe auch Controller. Let's go. Oh, so zehn Kills mit Brünn ist... Macht so fest, bitte euch. Ich hab jetzt... Ja. Ich werde... Ich werde... Er hat einen Hitsch. Er hat einen Hitsch. Er hat eigentlich einen Hitsch. Er hat einen Hitsch. Das merke ich. ist aber auch immer von woche zu woche unterschiedlich naja erste woche war es absolut also er auf dem tag so etwas ja dass er in die toilette gegangen er war schon in der toilette dann wäre weg ich hier garantiert nicht nach flessen weil dann kann er mich einfach so auf zack in den headshot ein double headshot doch das andere auch das hat bei mir nur einmal gepackt lama lag heute nö oder jetzt hat der nicht auch noch so ein hartiger einer ist in der situation dass er alleine sitzt da 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 Oh, 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 oh.